hallo youtube freunde das war ein video das war ein klatscher ich war wieder einkaufen ich möchte hergehen war mein account und auf 15 prozent kraft als erstes haben wir hier freps von gut und günstig sehr lecker haben gut döner selber machen oder mit salat und oder halt mit nutella oder so ich bin ganz gut zum frühstück dann hier edelsalami dann haben wir hier schinken gut und günstig dann haben wir noch mal hier bockwürsten die haben keinen bock dann haben wir hier mein sehr voller guter begleiter früher morgen appelschorle von gut und günstig noch mal hier knorr soße zum braten dann einmal kartoffelpühe vollkornnudeln sehr gesund dann einmal pommersche leberwurst mit apple dann haben wir gute laune plötchen noch mal gute laune plötchen dann ja eine eine schöne leckere geile feischwurst letter joghurt dies nur habt noch ein bruder aber die wird schon lecker schmecken eine rostbrat fürstelchen dann noch mal eine helle soße und dann noch mal ein käse das war mein guter einkauf sehr geil und noch mal dafür einen fetten bauchletcher ich wünsche euch einen guten tag eine gute nacht guten morgen und je nachdem man es guckt und und lassen aber dann leiten kommentar tschau